14. Entfernen Sie einen neuen Bedroherschlag. 15. Entfernen Sie eine Kante. 16. Schrauben Sie einen riesigen Desen, um die Befestigungsschlüssel zu verletzen. 17. Schrauben Sie eine Befestigungsschraube. 18. Schrauben Sie die Befestigungsschraube. 19. Verwandte die Befestigungsschraube. 20. Schrauben Sie eine Befestigungsschraube. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 15. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr.13. Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Autodoc App kaufen. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Folgen Sie uns in den sozialen Medien. Finden Sie uns auf Instagram und TikTok.